Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf YouTube. Mein Name ist Marco Lorenz und es wird mal wieder Zeit für ein kleines Meinungsvideo. Wir haben aus einer Quelle bezogen, welt.de, eine Nachricht erhalten, dass von einer Art der eine Politikerin, mal wieder von der CDU, wie wir im Hintergrund schon sehen, ist, die Gitta Connemann plant, die Rente anzupassen oder das Renteneintrittsalter, weil die Lebenserwartungen steigen ja in Deutschland peu à peu. Und so eine Sachen regen mich mir speziell sehr, sehr stark auf, weil da kommt mir manchmal so vor, als wenn die Politik nicht wirklich nachdenkt, was sie von einem will oder wie auch immer. Und ich will mal gerne meinem Mann dazu sagen, zu dieser dummen Aussage, aus meiner Sicht der dummen Aussage der Politikerin, beziehungsweise auch der dummen Aussage des Öfteren, auch der Politik allgemein. Und ich bin auch gespannt über eure Meinung dazu, über dieses Vorhaben dieser Politikerin oder auch teilweise Vorhaben der Regierung in allgemein gesehen. Wir wissen ja von der Art her, dass unser Vater Staat Geld braucht, um in der Gemeinde zu fassen. Und Vater Staat versucht dann ja zu sparen, wo es geht. Sei es halt auch an der Rente, indem man beispielsweise sagt, das Renteneintrittsalter wird nach oben geschoben. Das ist eine Maßnahme, mit der der Vater Staat viel Geld sparen kann. Vielleicht auch mit der Hoffnung, Hoffnung, dass die Arbeitskräfte auf der Arbeit denn doch versterben. Wie komme ich jetzt zu dieser kleinen These jetzt? Ja, die CDU-Politikerin sagt, die Lebenserwartungen in Deutschland steigen peu à peu. Als die Leute hinter mir zu sehen, die Rentner werden immer älter. Zum Beispiel ein Rentner mit 65 Jahren, ein Rentner hat noch ungefähr, wenn er mit 65 Jahren in Rente geht, eine Lebenserwartung von plus minus 18 Jahren aktuell. Eine Rentnerin hat mit 65 Jahren noch eine Lebenserwartung von ungefähr 21 Jahren. Das heißt, der Rentner hat noch 18 Jahre zu leben, in denen er auch arbeiten könnte. Die Rentnerin hat noch 21 Jahre zu leben, in denen sie arbeiten gehen könnte. Das sind die faktischen Zahlen, mit denen die Politik gerne um sich wirft, weil wir Menschen werden ja mehr älter, auch dank der modernen Medizin. Das Problem ist dabei nur, und das vergessen die Politiker immer wieder gerne und immer wieder irgendwelche Flugschwärzer, dass neben des höheren Alters, was wir auch dank der Medizin nur erreichen, dennoch die Arbeit, die man ausübt, mehr oder weniger dafür entscheidet, wie alt man dort wird. Liebe Politik da draußen, man erinnert mich immer wieder gerne dran und ich mache es auch mal wieder gerne, sagt, geht um auf eine Baustelle, und fragt mal bitte zu den Leuten, die da wirklich nur 10, 20 Jahre lang auf dem Bau zum Beispiel arbeiten, wie viele Jahre schafft ihr noch, obendrauf zu geben? Über 65 hinaus. Die meisten sind froh und sagen, ich bin froh, wenn ich das bis zur Rente durchhalte. Jetzt verlangt die Politik wiederum, den Bericht könnt ihr gerne nachlesen auf der welt.de-Seite. Verlangt die Politik, bitte, da wir immer älter werden, laut Statistik, können wir auch ein bisschen länger arbeiten. Ich finde dieses System, dieses Grundgedankensystem, total schwachsinnig. Nehmen wir das Ganze doch zum Beispiel auch schon mal aus meinem privaten Leben. Ich bin natürlich YouTuber, das heißt, ich bin selbstständig, bin für mich selber verantwortlich, aber ich arbeite auch nebenbei noch in meinem Geschäft, wo es auch Hierarchien gibt, logischerweise. Ich bin in der Hierarchie ganz unten angesiedelt. Über mir gibt es noch 10 andere Personen, die auch mehr verdienen. Nehmen wir mal das Beispiel die geringste Hierarchie und die höchste Hierarchie. Die geringste Person nehme ich wieder mal mich. Ich verdiene wenig, muss aber dafür sehr viel leisten. Und wenn ich in den Renten gehen kann, bin ich körperlich durch meine Leistung, die ich erbringen muss, körperlich wahrscheinlich so stark angeschlagen, dass es für mich teilweise gar kein Leben mehr ist, weil ich auf Hilfsmittel angewiesen bin, sei es halt mal wie ein Arztbesuch, sei es halt Operationen, um meinen Körper wieder gangfähig zu machen. Aufgrund der mein Körper ist, wenn ich in Rente gehe, wahrscheinlich kaputt gewirtschaftet. Die Hierarchien über mir arbeiten weniger, verdienen mehr. Das heißt, die Leute, über die in die Rente gehen, sind sie körperlich gesehen fitter und haben sogar noch was von der Rente durch die Mehreinkommen. Das heißt, die Leute könnten durchaus auch, siehe auch Politik, könnten durchaus auch noch weiter arbeiten gehen, während der normale Arbeitnehmer nicht mehr arbeiten kann. Wie sollte man im Idealfall, meiner Meinung nach, die Rente machen, die Renteneintrittsalter? Sollte man wirklich danach gehen, nach einer Statistik, wie alt wir werden können? Oder sollte man eher danach gehen, wortwörtlich, wo man sagt, pass auf, die Rente, der Renteneintritt wird nach Arbeit gemessen. Was machst du beruflich oder was hast du jahrelang beruflich gemacht? Dementsprechend steht dir ein Renteneintritt mit so und so vielen Jahren zu. Zum Beispiel, ich sitze in der Politik, brauche mir dumme Sachen ausdenken, kann dementsprechend auch lange arbeiten, bis 80, 90 Jahre, könnte ich dann noch einherfurzen drinnen in der Politik und dumme Sülze von mir geben. Andersherum, nehmen wir beispielsweise ein Zugreiniger bei der Deutschen Bahn. Körperlich schwere Arbeit, Akkordarbeit, die Züge kommen rein, müssen gereinigt werden, müssen wieder raus auf die Strecke. Die Leute sind froh, wenn sie renten können. Zug rein, Zug raus. Ich habe die Arbeit auch mal gemacht. Teilweise hat man da nicht mal so Stege, mit denen man in Züge betreten kann, sondern teilweise stehen Züge auf Abstellgleisen, wo man, wo ich dann mit dem ganzen Reinigungsmaterial, was da mit sich rumträgt, rein klettern muss, wortwörtlich, rein klettern muss. Die Leute sollen noch länger arbeiten, weil sie haben theoretisch eine längere Lebenserwartung, obwohl sie sich körperlich verausgaben. Leute auf dem Bau verausgaben. Leute im Einzelhandel teilweise verausgaben sich. Und die sollen länger arbeiten, weil die Statistik sagt, sie leben länger. Man könnte das Rentensystem reformieren. Natürlich. Man könnte das Rentensystem ganz einfach reformieren. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Norwegen gibt es diese Möglichkeit, spricht die Politikerin ja auch von der Ader, wo sie aber auch so ein bisschen so sagt, wir haben da als Politik was verschlafen. Zitat, Die Norweger legen seit Jahrzehnten riesige, überschüssige Erlöse aus Bodenschätzen an. Weiter im Zitat, wir können das nicht einfach in ein paar Jahren nachholen. Müssen wir in Deutschland wie immer irgendwas nachholen? Nur weil die Politiker es versoffen hat? Nein. Wir können das Rentensystem auch trotzdem ganz einfach anpassen. Das ist mein privater Mann, wie man es machen kann. Folgender Vorschlag von meiner Seite aus. Passt erstmal Renteneintrittsalter an den Arbeitsalltag an. Ihr seht ja, Leute, das sind Unterlagen, die ihr von uns Steuernzahlen bekommt. Was hat diese Person geleistet? In welchen Berufen war die Person tätig? War sie Geschäftsführer oder war sie nur ganz normale Angestellte? Die meisten in Deutschland nur ganz normale Angestellte verdienen nicht viel Geld? Warum wird nicht zum Beispiel auch eine Grundrente eingeführt, wo man sagen kann, die Leute leben auf jeden Fall über aktuell Bürgergeld? Die haben ein Leben lang hart gearbeitet, die bekommen mehr Geld. Leute, die viel verdienen, die brauchen auch teilweise gar keine Rente mehr. Sie ist ein Dieter Bohlen zum Beispiel. Ein Dieter Bohlen ist nicht auf eine Rente angewiesen. Er bekommt natürlich trotzdem Rente vom Vaterstaat. Warum bekommt du eine Person, die es wirklich nicht nötig hat, Rente? Auf gut Deutsch, die Rente sollte bis zu einer gewissen Grenze gezahlt werden können und danach kann man als Vaterstaat ohne Sorgen sagen, du hast genug Geld, du brauchst von uns keine Rente. Wenn doch, leg uns bitte dementsprechende Beweise vor, denn kann man darüber reden, aber ansonsten beispielsweise ein Dieter Bohlen zum Beispiel, der hat monatlich locker 20.000 Euro zur Verfügung, der braucht dazu keine Rente. Da könnte Vaterstaat so viel mit sparen, es gibt so viele auch reiche Menschen in Deutschland, die auf manche Staatsleistung nicht angewiesen sind, sie aber dennoch erhalten, weil das halt gesetzlich so ist. Könnte man ändern, auch im Sinne der Gleichberechtigung. Dass Leute, die von Art viel arbeiten, aus irgendwelchen Gründen aber zu wenig verdient haben, dass die automatisch eine Aufstockung bekommen, womit sie auch aus Rente noch leben können. Es ist eine Schande eigentlich in Deutschland, dass man, ich mach mal so grob gerechnet, wenn man 2000 Euro mordlich verdient, dann nur um die 1000 Euro Rente bekommt. Wisst ihr, was das zum Teil für ein Einschnitt ist im Leben? Die Leute freuen sich, endlich Rente, endlich mal die Knochen mal ausruhen, mal wieder ein bisschen die Wehchen mal aushalten, die man sich über Jahre rangehaut hat und da bekommt man nur so ein bisschen Rente, wo man sagt, ja okay, ich müsste jetzt arbeiten, damit der Staat für meine Leistung nichts gönnt, beziehungsweise es müsste auch teilweise viele Sachen abschaffen, die ich mit dem Leben hart erwirtschaftet habe, womit ich mir das Leben versucht habe, lebenswert zu machen, lebenswert herzumachen, sagen wir es so, muss ich mir jetzt alle abschaffen, weil die Rente reicht hinten vorne nicht. Warum zahlt man nicht eine gewisse Summe, wo man wirklich sagt, pass auf Freunde, ihr könnt auf euren Standards mehr oder weniger weiterleben. Natürlich, es muss Einschränkungen geben, oder es gibt Einschränkungen logischerweise auch im Alter, aber muss man die Leute sowas einschränken, ich habe da von der Art auch so ein bisschen Bange, wenn ich in die Rente gehe und es sollte so bleiben, wie es jetzt aktuell ist, dann müsste ich auch sagen, das muss weg, 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 viele Sachen, die einem das Leben leichter machen, kann man sich denn erstmal nicht mehr leisten. Man ist dann vielleicht sogar auf Staatshilfe mehr angewiesen, sei es Bürgergeld, weil man zu wenig Rente kriegt. Warum gibt es nicht eine Grundrente, die jeder bekommt? Sei es meinetwegen, ich sage es mal ganz einfach so salopp daher, dass jeder in Rente geht, mindestens 1500 Euro monatlich in Rente kriegt. Wenn die Reichen keine Rente mehr bekommen, weil die es nicht nötig haben, dann ist das Geld ja schon mal da. Punkt eins, also passt bitte die Rente nicht auf das Lebensniveau Alter an, wie alt die Menschen werden können. Manche gehen mit Absicht früher in Rente, weil sie es einfach nicht mehr körperlich aushalten. Und dann bitte nicht von der Politik, wäre es ein dummer Satz, ja man hätte sich einen anderen Job suchen können. Ich erinnere kurz mal daran, wir haben viele Studenten auch in Deutschland, was gut ist. Auch ein Negativpunkt, Leute, die sich bilden wollen für Vater Staat, müssen dafür Geld investieren. Der Vater Staat will gern gebildete Leute haben, Fachpersonal haben, aber die Leute, die sich zum Fachpersonal ausbilden lassen, müssen dafür teuer bezahlen. Eine Ironie an sich, normalerweise müsste es auch statisch gefördert werden, alles, ohne Rücksagen, wenn du meinst, du willst Abitur machen, irgendwas, mach es, hier hast du alles, was du dafür brauchst, viel Spaß, viel Erfolg. Jetzt sollte man das eher sagen, meinetwegen kann zweiten, dritten Mal nicht bestehen der Abiturprüfung, wenn man nochmal versucht, der muss das selber zahlen. Aber davor, der Staat will ja, Leute haben, die gebildet sind, aber zockt die Leute grob ab, auf gut Deutsch, einer hat gesagt, Leute, die sich das nicht leisten können, diese Fortbildung zu machen, die sind für den Arsch, die mögen es vielleicht intellektuell um Geld zu sparen, plant die Politikerin sogar noch mehr. Wir wissen ja, es gibt ja gewisse Jahre, die man die Rente einzahlen muss und dann kann man sogar theoretisch in Frührente gehen, wenn man Essig leisten kann, sobald man seine Beitragsjahre voll hat. dieses System will diese Politikerin auch Gelder abschaffen aus Gründen, weil wir haben kein Geld mehr in Deutschland. Da kann ich eigentlich nur auf allgemeine Politik so gehen, auch unsere jetzige aktuelle Regierung, nicht nur unsere Ex-Regierung, die wieder in die Macht ran möchte und so weiter, sondern auch in der aktuelle Regierung. Deutschland hat kein Geld mehr. Grundniveau Rente. Zahlt jeder Deutsche was in der Rentenkasse ein? Nein. Politik, warum auch immer, ist ausgeschlossen. Die verdienen einen Haufen Geld, könnten dementsprechend auch einen Haufen Geld einzahlen in das Rentensystem oder auch in das Staatssystem. Nein, Politiker sind bei ausgeschlossen, weil es sind ja Staatsbedingte. aber warum, das erklärt dann keiner. Der Staat sagt, er braucht Geld, wir haben kein Geld mehr, aber an die Personen, die Geld haben, auch die Politik, geht der Staat nicht bei. Fähre Nummer 1. Fähre Nummer 2. Es werden viele Staatsleistungen gezahlt an Personen, die es gar nicht nötig haben. Ich nehme mich mal außen vor. Wäre ich jetzt eine Person, die sagen würde, ich bin reich, ich habe ein Monats-Einkommen, habe ich persönlich nicht, aber wenn ich sagen würde, ich habe ein Monats-Einkommen von 10.000, 20.000 Euro im Monat, oder noch mehr, dann würde ich sagen, was soll ich denn als reicher Mensch mit dem Kindergeld, das sind Peanuts für mich, beispielsweise. Was soll ich denn als reicher Mensch, ich habe mir mein Leben ausgesorgt, ich habe mein Haus, meine Villa und irgendwas, was soll ich denn mit ein bisschen Peanuts an Rente weil der Staat zahlt sie, aber braucht man die wirklich als reicher Mensch? Viele Leistungen, die der Staat freiwillig zahlt, sollten wirklich an Gehälter angeknüpft sein. Das wirklich heißt, es gibt eine Maximalgrenze, bis wohnen wir es zahlen. Meinetwegen, auch Kindergeld, dort, die die Familie mehr als 10.000 Euro mordig Einnahmen haben, brauchen die kein Kindergeld als Unterstützung. Die haben genug Geld. Als Rentner, wenn ich ausgesorgt habe, ich habe Millionen auf dem Konto liegen, das sollte der Vaterstadt auch sagen. Maximal, bei einem gewissen Kontostand, meinetwegen, ich drücke es mal so aus, fließt keine Rente mehr an diese Person, da wird das Geld lieber genommen und an die Leute umgeswifft, die es nötiger haben. Ich verstehe unseren Staat noch nicht, wenn sie mal ankommen mit die Schuldenbremse lösen, Schuldenbremse lösen. Der deutsche Staat hat so viel Sparpotenzial mit kleinsten Sachen, mit denen der Vaterstadt so viel Geld sparen könnte. Aber nein, es wird immer wieder diskutiert über Schuldenbremse lockern. Wir müssen wieder Schulden aufnehmen, damit wir uns das jetzige System leisten können. Ja, würden wir das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen, dann hätten wir doch das Geld auch. Manche Ausgaben, das sind die Staatsausgaben, sind wirklich enorm hoch. Warum auch immer, man weiß es nicht. Ja, sind wirklich enorm hoch. Und wenn man sich hineinguckt, wofür denn das ganze Geld aufgeschmissen wurde, ich sage es mal so, das schwarze Buch der Steuerzahler. Ja, jeder kennt das Buch, hat schon mal was von gehört, schaut mal rein, wo da Gelder verbrannt werden, die wir eigentlich sogar nutzen könnten, um die Staatsschulden abzubauen. Weil wäre unser Staat auch schuldenfrei, müsste unser Staat auch keine Zinsen zahlen und hätte dementsprechend auch wieder mehr Geld zu wirtschaften. Lange Rede, kurzer Sinn. Noch mal kurz an unsere aktuelle Politik da draußen. Liebe Frau Gitta Connemann, ja, das Bild ist in der Migratenmaße zu sehen. Das Bild habe ich vom Welt.de mir geholt. Hier, extra ein Ausdruck, beziehungsweise die haben das von Picture Alenxi Methuidi Schaut drauf auf Welt.de da seht ihr auch vor das Bild offiziellerweise herkommt. Liebe Politik, liebe Frau Gitta, Frau Gitta Connemann, bitte gewöhnen Sie sich an das Einfachste, was es in Deutschland gibt, egal in welcher Branche. Denken Sie nicht nur mit Zahlen, sondern denken Sie auch, was steckt hinter den Zahlen. Kann wirklich eine Person, die 65 Jahre alt ist, meinetwegen als Beispiel, kann die wirklich nochmal so 4, 5 Jahre locker oben drauf schmeißen? Oder kann die Person das eher wahrscheinlich nicht durch ihre Arbeit, diese Person, was die Person seit Jahren macht? Sie als Politikerin hier, wenn ich mir sie angucke, sie sind mal gerade vielleicht 40, 45 oder noch jünger, ja, sie können auch bis 80 Jahren da oben rumsitzen und dumme Gesetze erlassen. Aber gearbeitet, wortwörtlich gearbeitet, haben Sie wahrscheinlich nicht. Sonst würden nicht so dummen Vorschläge rauskommen. Die Politik will ja gern die AfD ausbremnen. Die AfD, die Hasspartei, die Angstpartei. Aber mit so den Sachen, mit so den Sachen bringen sie eher die AfD die Macht. Weil es viele Menschen gibt, die auch noch ein bisschen Verstand im Kopf haben und sagen, man wollte mich komplett verarschen, ich kriege jetzt schon auf den Zahn Fleisch und soll noch länger arbeiten, nur weil der Vater Staat es nicht schafft, angeblich wegen früherer Babyboomer, dann den Finanzentgriff zu kriegen. Ich sage mal so, Inflation trifft jeden, hat jeden getroffen, trifft immer auch jeden. Wenn man das sieht, wie die Preise in den letzten Jahren hochgegangen sind und dagegen die Gehälter gestiegen sind, ist es ein Witz. Ich habe eine Familie zu Hause, ich habe zwei Kinder zu Hause, eine Frau, also quasi wir sind vier Personen, was wir mittlerweile für Lebensmittel ausgeben, wie schnell man Gehalt trotz Gehaltserhöhung dahin geht, bei einem Einkauf, man guckt schon zehnmal nach dem Preis mittlerweile und das macht wirklich keinen Spaß einzukaufen, weil man weiß, es tut einem weh und am Ende des Monats guckst du aufs Konto und sagst das wird eng und dann andersherum siehst du wieder bei den Verzungen wie Discounter und Supermärkte anfangen Werbezube Produkte zu bewerben mit über 50% Rabatt man sich wieder fragt finde die den Fehler die Preise beispielsweise Nudeln kosten mittlerweile die Markennudeln 2-3 Euro kaum gehen sie in Werbung 89 Cent und man denkt äh Freunde wie soll man denn da als Normalbürger noch die Wirtschaft stärken können wenn man auch schon dank der Politik von der Wirtschaft auch schon mit ich sag's mal so salopp verarscht wird wie kann es sein dass ein Händler ein Produkt enorm teuer machen muss weil die Rohstoffe so teuer geworden sind aber auf einmal in der Werbung wirklich sich im Bankrott rein wirtschaften kann oder auch nicht weil Rabatte von 50% mehr drin sind das Bild passt gar nicht zusammen wenn quasi Werbung 20 30% Rabatt drauf sind ist ja okay aber teilweise bis zu 50% Rabatt der macht doch keiner mehr bei Gewinnen wenn wir es wirklich so scheiße haben gerade im Moment das ist eine Sache die verstehe ich nicht wie kann das Ganze sein wie ich immer sage es wird Zeit dass in Deutschland eine Partei an die Macht kommt die auch noch denken kann die auch noch weiß wie es ist und die wirklich noch ein Gehirn hat zum Arbeiten das finden wir nicht bei der CDU das finden wir nicht bei der SPD nicht bei der FDP nicht bei den Grünen bei den Linken vielleicht auch nicht ob es bei der AfD man weiß es nicht ob Frau Wagenknecht finden weiß man nicht aber zumindest wenn ihr schon da oben keine Ahnung von irgendwas habt dann setzt doch bitte Leute ein die wirklich Ahnung von der Materie haben die nicht nach Zahlen gehen sondern wirklich auch Leute die wissen wie es ist an der Materie weil ich kann auch mal konto drauf gucken und sagen oh ich habe bei diesem Monat noch 500 Euro drauf super läuft ja die Zahlen stimmen aber wenn ich hinter die Zahlen gucke und sehe was da noch für Ausgaben auf ich zukommen dann sehe ich wieder die 500 Euro sind doch nicht so viel wert wie sie aussehen sondern sind in zwei Wochen weg und der Mord hat noch drei man kann nicht nach Zahlen gehen die Deutschen werden ja so und so alt man muss auch dahinter gucken wie lange schaffen es wirklich die Leute diese Leistung aufrecht zu halten wir suchen Fachpersonal wir zocken die Leute trotzdem ab als Vaterstaat ja Studium kostet Geld ja dann bekommt man von der Politik einen Anranzer du hast den verkehrten Beruf gewählt und so weiter und so fort ja wir können auch gerne ab sofort alle in der Partei treten keiner geht mehr arbeiten alle genug Geld Vaterstaat ist von zwei Wochen pleite aber wir können alle mal richtig dumm quatschen was meint ihr dazu zu diesem System und zu diesem Vorschlag der Politikerin dass wir von Art die Rente nochmal anpassen sollte das wirklich so sein oder sollten wir anfangen mit zu denken und sagen wir müssen die Rente anpassen an die Arbeit eine Arbeitsrente schaffen bei der Riester-Rente zum Beispiel was die CDU auch gerne noch weitermachen möchte die Riester-Rente kann sich auch nicht wieder leisten Arbeitnehmer-Rente also quasi Arbeitgeber das ist der Arbeitgeber was mir das zutut zur Rente finde ich spontanerweise die Idee dahinter ist gut aber ich als Arbeitgeber selber verstehe den Sinn nicht ganz warum ich für meinen Arbeitnehmer der schon Gehalt von mir bekommt ich auch noch für ihn extra Rente zahlen soll ergibt eigentlich keinen Sinn wozu hat der Arbeitnehmer sein Entgelt wovon schon mal Rente abgezogen wird einfach nur diese Systeme Riester-Rente und diese Arbeitnehmer-Rente das sind einfach nur Erfindungen von Vater Staat weil der Staat hat selber einfach zu dumm ist um zu wirtschaften seit Jahren unter der CDU seit Jahren auch mit Inbegriffen mit SPD und so weiter und so fort und so solange wir wieder oben keine Leute reinkriegen die wirklich was von Zahlen verstehen die auch wirklich wirtschaften können da ist auch liebe Grüße an die FDP unser Finanzminister der einen Haushaltsbeschluss macht und den drei Wochen später auffällt uns fehlen noch Milliarden mein Staatskonto ist ein Riesenkonto da gehen viele Einnahmen und viele Ausgaben raus aber man hat trotz einen groben Überblick und wenn man sieht es geht mehr raus als rein dann muss man gleich handeln und gucken wo ist das Loch entweder man muss dafür mehr Einnahmen sorgen mit dem man mehr arbeitet das heißt zum Beispiel auch dass Politiker anfangen Rente zu zahlen dass die reichen Leute nicht noch Leistung bekommen die eigentlich für die nur Peanuts sind die sie gar nicht brauchen das wäre schon mal ein Punkt wo mehr Geld reinkommt und Ausgaben verringern ist auch einfach indem man guckt bucht das Steuerzahler wo ergeben manche Sachen Sinn und wo nicht jetzt in der aktuellen Situation ob man jetzt unbedingt eine Skulptur hinter mir hinstellen muss im Wert von 50.000 Euro die sich nach keinen keine Sau anguckt weil die auch blöd aussieht aber Hauptsache der Vater Staat hat investiert yes ja eure Meinung gerne in die Kommentare ich bin raus euer Marco Lorenz